Es gibt Dinge im Leben, die muss man einfach mal gesehen haben, finde ich, also grüße Sie recht herzlich, schön, dass Sie da sind, das ist der Herr Eichhorn, Herr Eichhorn, interessiert sich für unseren Grill und den haben wir hier. Ich sage immer, bleiben Sie neugierig und den möchte ich Ihnen gerne vorstellen und zwar ist das ein Indoor-Grill, den Sie mit Holzkohle betreiben können und das im geschlossenen Raum, sensationell. Ja, passen Sie auf, es geht ganz gut ein, Sie sehen hier, da besteht eine Roste, wir haben hier auch, das sage ich Ihnen ganz nebenbei, nebendran Wasser eingefüllt, das ist interessant, dass das Gargut, was wir drauflegen, das Grillgut, auch ordentlich saftig bleibt. Innen drin ganz einfach Grillkohle rein, unten drunter die Brennpaste und schon geht's los. Der Clou des Camps ist folgender und zwar, wir haben hier batteriebetrieben einen Ventilator abgebaut, den Sie hier individuell regeln können, verschiedene Stufen, auf vier soll er immer stehen, verstehen Sie, wenn Sie ein bisschen mehr Dampf haben wollen, dann ganz einfach höher drehen, das ist die Sensation überhaupt. Sie können gerne mal probieren, komm her, bitte schön, haben wir gerade frisch gemacht, probieren Sie mal, ich darf nicht gut, fantastisch, momentan Preis für heute 129 Euro, ansonsten 169 Euro bei Edinger Shoppen. Also, bleiben Sie neugierig und machen Sie es gut und lecker. Vielen Dank.